Hi YouTube, ich bin's wieder, euer PokeManiac. Ich habe euch hier die zweite Hälfte des fünften Displays meiner Opening-Reihe mitgebracht. Und ja, sind wir mal gespannt, was da so drin ist. Bisher war die Ausbeute noch nicht so sonderlich, nämlich erst zwei Ultra-Rares. So, wir starten mit Waumball, Popas, Icognito, Tannhel, Viscora, Flaudelis, Hornweisel, Amphors, Geistesbund, Mautzi und unsere Rare ist ein Ramot. Also, ich würde sagen, wirklich bei sechs Full Arts bin ich relativ zufrieden. Ach, nicht Full Arts, sondern, ne, hier Ultra-Rares. Aber vier wie im letzten, das ist sowas von unterirdisch. Naja, Trassler, Golgantis, Morlord, Waumball, Poupence, Flamara, Gefahrenergie, Rotom, Giflor, die Rare in dem Pack ist ein God of War. Nächstes Pack, ja, das ist God of War, das ist Holo. Wir wissen das. Iskala, Verapla, Trassler, Golgantis, Morlord, Flamara, Levelball, Zobiris, Porygon-Z ist unsere Reverse. Das ist auch eine Rare-Karte. Und unsere Rare in dem Pack ist auch ein Pogon-Z, aber auch nur eine Rare. Und weiter geht's. Mautzi, Relikant, Vadribe, Iskala, Mirapla, Glückshelm, Ariados, Wald der Großen Gewächse, Viscogon, unsere Reverse, ziemlich cool. Und die Rare ist ein Golgantis. Porygon, Evoli, Mautzi, Relikant, Vadribe, Astrena, Blubella, Wald der Großen Gewächse, Mehtank, ist unsere Reverse, und die Rare ist ein Entei. So, nächstes Pack. Golbit, Calamanero, Popanz, Popanz, Porygon, Evoli, Kirlia, Gewaltruss Geistesbund, Ökoa. Calamanero ist unsere Reverse, und die Rare ist ein Goradus. Snobelikant, Trasla, Golbit, Calamanero, Popanz, Gewaltruss Geistesbund, Rotom, Gefahrenergie, Blitzenergie, Reverse, und unsere Holo ist ein Entei. So, wir starten mit Carpador. Viscora, Icognito, Snobelikat, Trasla, Blubella, Blitzenergie, Porygon 2, Trasla ist unsere Reverse, und die Rare ist ein Lugia-Ex. Das ist ja wenigstens mal was. Die habe ich zwar auch schon, aber ist nicht schlimm. Die steht zum Tausch und Verkauf. So, nächstes Pack. Tanheel, Weberak, Carpador, Viscora, Icognito, Glückshelm, Kirlia, Methank. Am Forst Geistesbund ist unsere Reverse, und die Rare ist ein Regis-Stil. Warmboll, Relikant, Gorgantis, Tanheel, Popanz, Hornweisel, Hexe, Methank. Unsere Reverse ist ein Hornweisel, und zwar Rare. Und unsere Rare ist ein Gewaldro-Ex. Okay. Ganz in Ordnung bisher. So, jetzt müssen wir aber mindestens noch eine Ultra Rare ziehen aus den letzten etlichen Boostern da. Dann ist mein Gewissen wieder beruhigt. Trassler, Popanz, Warmboll, Relikant, Golgantis, Zubiris, Glückshelm, Rotom, Snubilikat ist unsere Reverse, und unsere Rare ist ein Hornweisel. So, da hätten wir einen Morloth, Evoli, Golbit, Trassler, Popanz, Astrainer, Rotom, Gewaltros, Geistesbund, Carpador, Reverse, und unsere Rare ist ein Blitzer-Holo. Das ist, glaube ich, sogar fast, also jetzt zumindest von meinen Displays so, eine der unselneren Holo-Karten, würde ich behaupten. Die habe ich jetzt schon relativ oft, also in jedem Display so fast, also ungefähr einmal, glaube ich. Vielleicht in einem nicht. So, Mauzi, Vatriebe, Morloth, Evoli, Golbit, Farbholler, Viscar-Gott, Blitzenergie, unsere Reverse ist incognito, und unsere Rare, ein Porygon-Z, Holo. So, okay, habe ich auch schon sehr oft, auch bis ihr einen Fass, die ihr im Display drin habt. Irgendwas mit einem Kahn-Trick geschickt gelaufen. Schief gelaufen. Ne, ist alles gut. Porygon, Calamanero, Mirapla, Mauzi, Vatriebe, Porygon-Zwei, Farbholler, Duflor, Viridium ist unser Reverse, coole Reverse, Werden keine Holo, und Rarejuts. Nächste Pack. So, Snowbili-Cats, Carpador, Ingenivor, Weberac, Golgantis, Zubiris, Flordelis, Aquana, unsere Reverse ist Porygon-Z, eine Rare, eine Rare, und unsere Rare ist ein Mitter-Groß. Nur noch zwei Packs, hoffentlich noch eine Ultra-Rare. Vor allen Dingen am besten eine Full-Art, denn die haben wir bisher in diesem Display noch gar nicht. So, Felino, Poupence, Snowbili-Cat, Carpador, Ingenivor, Hexe, Duflor, Despotters Geistesbund, Reggie Steele, wieder eine Rare, als Reverse. So, und unsere Rare ist Agiratina EX. Wie, das habe ich noch nicht gezogen. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir in unseren fünf Ultra-Rares. Das ist dann ganz okay. Würde ich sagen, ab sechs bin ich auf keinen Fall enttäuscht, aber okay, wir haben jetzt fünf. Es ist also alles gut. So, und letztes Booster. Da haben wir Ikognito, Tanheil, Viscora, Felino, Poupence, Verblasstes Dorf, Viscagot, Levelball, Ariados ist unsere Reverse, sehr dezentriert, und unsere Rare ist die Hass-Rare, Number One, Kiflor. Schon so unendlich oft hier drin gehabt, aber naja. So, dann zeige ich euch mal den ganzen Stapel hier, den wir gezogen haben. Da haben wir Blitzer, Holo und Porygon Z, Holo Außerdem God of War Holo sowie Entei Holo und Lugia EX natürlich genauso wie Gewaldro EX und der beste Pull überhaupt aus der aus dem Display, finde ich ist Giratina EX Full Art Ja und ansonsten haben wir ja hier unser Mega Ampharos und unser Giratina EX in Normal Ja zusammen mit ein paar anderen Holos Also insgesamt ganz gut Ja Ich hoffe, euch hat das Display soweit gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder zu wenn ich für euch die anderen Displays öffne Ich bin jetzt froh und mutes jetzt noch das allerletzte Display dass wir daraus richtig einen raushauen und dann wird alles gut Meine Laune ist schon wieder besser als bei dem vorherigen mit den nur vier Ultra Rares Ja Viel Spaß auch weiterhin wünscht euch euer Pokémaniac Bis dann Bis dann